Ja Mensch, Torben, wo bleibst du denn? Ich warte schon seit zwei Stunden auf dich, wir wollten doch noch ein Video drehen. Nee, 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 halt auf! Alter, Mann, ja! Das versaut einem den ganzen Tag, man läuft schon. Ja, alles klar, hallo, herzlich willkommen. Neuer Random Clip hier am Start. Heute geht's um Schulter-Staturen-Warns, genau, Schulter-Staturen. Ihr kennt's alle, man sitzt in der Schule, will irgendwas am Rechner machen, ja, was heißt will, man wird ja meistens dazu gezwungen, muss dann irgendwie an diesen Schulter-Staturen rumschreiben, man drückt drauf, es passiert nichts, es ist unglaublich, mich regt jedes Mal auf, ich könnte das Teil direkt wieder irgendwo aus dem Fenster flattern lassen. Ja, wisst ihr, Leute, das Ganze ist jetzt hier auch kein Spaß, diese Schulter-Staturen sind das Allerletzte! Was soll das denn jetzt schon wieder machen, Mann? Weißt du, ich komm hier hin, will ein Video drehen, überall Umgebungsgeräusche, ich hab... Leute, wisst ihr, wie das immer aussieht, wenn ich beispielsweise irgendein Scheiß-Referat machen soll, wofür ich mich sowieso nicht interessiere, das ist echt schrecklich, guckt's euch an. So, Alter, endlich jetzt hier fertig machen. Das klingt doch schon gar nicht schlecht. So, ja, genau, da muss ich noch was ändern. Oh, Mann! Was? So, hier noch einen Abschnitt ergänzen. Fuck, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Wisst ihr, Leute, die Scheiß-Schulen investieren mehrere Millionen für irgendeine Scheiß-Sporthalle? Wo dann sowieso wieder nur Flüchtlinge drinnen übernachten und wir die nicht benutzen können, anstatt so eine Scheiße zu erneuern? Meine Fresse! Wisst ihr, das Einzige, wozu die Dinger gut sind, ist, man kann dran seinen Frust auslassen. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Freunde, ich bin jetzt wieder für meinen Teil absolut entspannt. Und ich rate euch das Ganze auch mal zu machen, wenn ihr solche Probleme habt. So, ich hoffe, ich hatte euch zu... Fuck, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann einfach 5 bis 10 Likes da lassen. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das letzte Video war ja schon relativ anspruchsvoll, kann man sagen. Es werden jetzt weitere Videos folgen. Ja, Leute, willst du vielleicht noch irgendwas sagen? Nö. Nicht? Gut, machen wir so. Bis zum nächsten Mal.